Oh, die drei blinden Mäuse, überall laufen sie herum. Drei blinde Mäuse, drei blinde Mäuse, schau wie sie rennt, schau wie sie rennt. Sie rannten zur Bauersfraudin, schnippt knapp, den Mäuschen schnippt, schnappt ihre Schwänze ab. Ein Anblick, den ich nie gesehen hab, von den drei blinden Mäus. Schau, da laufen sie wieder! Drei blinde Mäuse, drei blinde Mäuse, gingen zum Augenarzt, gingen zum Augenarzt. Der Doktor ließ sie mit Brillen versehen, da konnten sie plötzlich ganz wunderbar sehen. Und nahm sich vor, schnell nach Hause zu gehen, die drei blinden Mäus. Drei blinde Mäus, drei blinde Mäus, kamen zurück nach Haus, kamen zurück nach Haus. Und haben die Bäuerin mächtig erschreckt, die rannte zur Tür hinaus und rannte weg. Die Mäus haben dann schnell noch das Messer versteckt, die drei blinden Mäus. Drei blinde Mäus, drei blinde Mäus, die kauften sich Medizin. Die kauften sich Medizin und taten sich Salbe auf ihren Schwanz. Da wurde er kurz darauf wieder ganz. Da tanzten die Mäuse, die Mäuse tanzt, die drei blinden Mäus. Na, das war aber eine merkwürdige Geschichte. Bis zum nächsten Mal! Die Mäuse. Das war der Dürf. Das war der Dürf. Das war der Dürf. Das war der Dürf. Untertitelung des ZDF, 2020